Hallo, ich bin Benjamin Karl, Snowboard-Weltmeister und Mountainbiker aus Leidenschaft. Trotzdem achte ich immer auf meine Sicherheit. Heute ein guter Tipp von uns. Lasst euch von Profis zeigen, wie man am besten Mountainbiken kann. Unter dem Motto, besser biken, können professionelle Fahrtechnik-Workshops besucht werden. So habt ihr mit Sicherheit mehr Spaß beim Sport. Die Bemühle ist eine sehr blöde und runterge beetle, und die 某 Wettbewerbe feiert. Bis zum nächsten Mal. Neue Türاء, die Gäste. Warum? Sprach. Abweinen. Vielen Dank.